Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in erster Lesung die Abschaffung des klassischen Länderfinanzausgleichs. Da ist der erste Eindruck, den man hat, wenn es dazu an 13 Stellen einer Änderung des Grundgesetzes bedarf, dann ist das nicht unbedingt hilfreich, wenn man Politik den Menschen erklären will. Wir sind ja gehalten, den Menschen Politik zu erklären, wenn sie sie begreifen soll. Dazu gehört eben auch, dass man transparent macht, was man will. Es ist der Eindruck entstanden, als ginge es darum, dass die Länder kein Geld mehr hätten, um ihre Aufgaben zu erfüllen, und der Bund müsse dort helfen. Das blendet aber aus, dass die Länder in 2015 2,8 Milliarden Euro Überschuss gemacht haben, in 2016 8,6 Milliarden Euro Überschuss gemacht haben. Und 14 von 16 Ländern haben das Geld genommen, um Schulden zu tilgen, aber nicht die vielbeschworenen Aufgaben, die auch heute Morgen hier immer wieder andiskutiert werden, in Angriff genommen, zum Beispiel ihre Schulen zu sanieren oder andere wichtige Landesaufgaben zu machen. Und da ist es doch ein Stück, was uns an Transparenz verloren geht, wenn wir mit der Aufhebung des Kooperationsverbotes hier diesen Weg der Verschleierung weitergehen wollen. Solange wir keine klaren Verantwortungen haben, solange wir nicht wissen, wer ist eigentlich wofür zuständig. Solange werden wir nur provozieren, dass es weitergeht in diesem 16 zu 0 oder 16 zu 1 Ränkespiel. Am Ende werden auch wir für die kaputten Toiletten in den Kommunen verantwortlich gemacht. Es geht dann nicht mehr um die Frage, haben wir die Fähigkeit, irgendwo etwas noch mit zu finanzieren, sondern haben wir in Wirklichkeit die Zuständigkeit und werden wir für jedes Defizit auf jedem Dorf in ganz Deutschland als Bund künftig die Zuständigkeit haben. Und da spielt es schon eine Rolle. Deswegen reden wir ja nicht nur erst seit der Vorlage, die wir heute auf dem Tisch haben, über 16 zu 0, sondern das verbreitet sich auch in den Medien. Und was die Menschen, glaube ich, am wenigsten brauchen, ist, dass wir 16 zu 0 uns immer über Zuständigkeiten streiten, sondern die Menschen wollen, dass wir endlich deren Probleme anpacken und deren Probleme auch lösen. Und da ist es dann auch wieder wichtig, darüber zu diskutieren, wie gehen wir das an. Nehmen wir das Beispiel Autobahngesellschaft. Da streiten wir uns darum, wie wir das im Einzelnen ausgestalten. Klar ist aber, dass das keine Frage der Kooperation ist. Wir sind, Carsten Schneider hat es angesprochen, für gleichwertige Lebensverhältnisse zuständig. Aber schon heute, und das ist nicht einmal Kooperation, wo die Länder zuständig sind in Auftragsverwaltung, nach unserer Verfassung, schon heute gibt es vorsorglich die Aussage, wir spielen da nicht mehr mit. Weil einzelne Länder sagen, wir haben da ja noch einen zweiten Finanzausgleich, nicht den, über den wir hier reden. Sondern die Länder sparen ja im Schnitt auch noch 15 Prozent der Investitionskosten in die Autobahnen und da, wo sie die Bundesstraßen abgeben, weil sie die Planungskosten dann nicht mehr aufbringen müssen. Das sind für das Jahr 2016 noch einmal über 200 Millionen, und die muss man einmal hochrechnen. Und das ist heute schon Anreiz, für manch ein Land einfach zu sagen, ich stelle die Arbeit ein. Als Beleg will ich einmal das wörtliche Zitat nehmen. 9. Februar Verkehrsminister Mayer mit Blick auf die Infrastrukturgesellschaft Verkehr, die künftig für die Bundesautobahn und damit auch für neue Teilanschlüsse bei Hamburg zuständig sein wird, wurden die Planaktivitäten für die Anschlussstelle erst einmal zurückgestellt. Das Land werde keine finanziellen Ressourcen für ein Projekt einsetzen, das demnächst in der alleinigen Verantwortung des Bundes liegt. Das heißt, das ist heute schon gegen unsere Verfassung, gegen die Zuständigkeiten, Arbeitsverweigerung, die eigene Arbeit zu machen. Es ist aber auch gleichzeitig die Erklärung, dass auch bei Lärmschutz an Straßen schon heute die Arbeit eingestellt wird, nur wegen des schnöden Mammons in Zukunft. So kann keine Reform gelingen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich erteile das Wort der Kollegin Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion.